Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ihr seid rund um Gerstbach, wo es nach Winsel geht, am Stoppardhütte. Ihr seid euch rund um den Wald in Gerstbach und Winsel. So, bis gleich. Schaut wir da. Hier geht es nach Hetsetslamm. So, da ist noch ein paar Kilometer bis nach Hetsetslamm. Da kommen wir in den Wald. Da könnt ihr runterlaufen, könnt ihr mal wandern. So, jetzt geht es weiter. Jetzt sind wir hier in Gerstbach. So, So, schöne Waldebeet. Dann fahren wir, schauen wir mal wo es lang geht. So, schauen wir mal. Ah, das ist auch ein Ruhmweg. Geht zum Hetsetslamm. So, hier ist schöne Aussicht. In Gerstbach. Ja, das ist so, äh, zwischen Gerstbach bis, äh, nach Kümmerstein sind so drei Kilometer, 3,9 Kilometer. Und das ist so ein Weg, 3,9, hin und zurück. Steht mal so ungefähr neun Kilometer. So, guck mal schön Aussicht. Eine, äh, lange Ruhmweg. Aber schauen wir mal, wo es, äh, wo wir da rauskommen. So. 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 Vielen Dank. Schönes Wälderbeet, aber ich glaube, da vorne ist noch ein langer Weg, das hitzt das Lamm, das zeige ich euch das nächste Mal. So, wie läuft diese Richtung? So, stopp aus bitte. So. So, schöne Ratschaft. Immer schön langsam laufen. Jetzt gehen wir gleich zu den Pferden. So, eine schöne Landschaft hier in Gersbach. So, diese Blätter sind noch grün. So. 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 so sieht man da, schlafen wir weiter schlafen wir langsam hoch schau mal da, da sind noch zwei pferde sorry, da sind noch drei pferde, also mindestens sechs pferde so so hier ist alles feucht, nass ja, das war gestern Nebel so jetzt sind wir da, jetzt lassen wir diesen richtigen hoch geht zum Stockwald heute so ein bisschen durchs Fleisch schau mal da schöne Wirtschaft so das ist auch ein schöner Rundweg ein schöner Rundweg das ist für die Pferde ja jetzt laufen wir diesen richtigen hoch so 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 wunderschöne Landschaft so da gibt es viele verschiedene Wanderwege wunderschöne so oh Oh, das ist nicht lächst, oh. So. Jetzt sind wir gleich da, eine wunderschöne Landschaft zwischen Gerstbach und Winzel. Mit Leisterschaft. So. Da gehst du nach Gerstbach, eine wunderschöne Landschaft, seht ihr mal hier, ein wunderschön. So, dann gehst du zum Headset lang, das zeig ich euch mal beim nächsten Mal, ich laufe in diese Richtung runter, aber schaut mal, da steht was drauf, sehen sie mal hier, was da steht. So. Da. So. Ich laufe diese Richtung runter, sie sind leichter, so ein paar Meter, so 300 Meter. Da. Da vorne, dieses Mal hier. Da. 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 sind wir da, hier geht es hin und zurück zum, da geht es hin zum Gerstbach, zum Headset lang. So. Mit Leisterschaft. Schauen wir mal, wo es lang geht. Ah, da waren wir auch schon beim letzten Mal. Da vorne ist die Stürz, 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 Hütte, schaut mal da an. So. Das habe ich bei euch, das habe ich bei euch. Das habe ich bei euch das letzte Mal gezeigt. So. So. Schönen Weg. Da vorne ist die Stockweilhütte. Hier ist noch ein Hufweg, es gibt sehr verschiedene Wege, schau mal da. So, als Auto schildert, so, 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 ja. Jetzt bin ich wieder da, seht ihr mal hier, wunderschöne Landschaft, könnt ihr mal wandern gehen, wenn ihr wollt. Ja, und wenn ihr das Video der Fall habt, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, immer den Daumen nach oben. Und ihr könnt gerne meinen Kommentar reinschreiben, wenn ihr wollt, wenn ihr das Video der Fall habt. So, wir sehen uns nächstes Mal, so, ja, da gibt es sehr verschiedene Wege, sehr viele verschiedene Wege in Gersbach, Hetzetlamm. So, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Gottes Segen, bis bald.